Da essen wir ja komplett das, oder? Da ist ganz kompletter Kopf, oder? Natürlich. Passt alles. Ich habe Angst, dass man beim Duschen einen Kopf wegnehmen. Nein, dann kaufst du beim Billa 9. Oder ist ein festgewachsener Kopf? Der ist angewachsen. Auch beim Nachbarn ist er festgewachsen. Na sicher, wir müssen sonst essen. Du musst ihn ja verwenden. Der ist ganz kompletter Kopf, oder? Ganz komplett, keine Sorge. Dann kann ich morgen wieder arbeiten gehen, weil er komplett ist. Richtig. Sicher. Vorhin haben wir Musik der Mutter fühlt. Und dann hat eine Frau geputzt. Okay. Deswegen tun wir heute Duschen, dass ich morgen sauber bin. Sehr brav. Und dann fürs Nachbarn haben wir auch noch genug. Mhm. Da bleibt er auch komplett, oder? Natürlich. Da bleibt immer komplett. Und das ist alles mehr so gut. Das ist jetzt schon zu Beginn. Der ist jetzt schon zu Beginn. Der ist schon zu Beginn. Das ist ein wundersch headers. Ja, der ist jetzt der Haare. Der ist jetzt eigentlich nur zu Beginn. Ich muss sich sagen, dass wir das auch noch nichtenteen sind. Du bist ja nicht zu Beginn. Also wir sehen, dass wir alle zusammenmitglieder haben. Passt alles. Schaut super aus. Kannst besser als auch noch überziehen bei mir. Weißt du? Ja, passt eh. Der bleibt auch komplett, oder? Der bleibt immer komplett. Und bei Nachmittag bleibt er auch komplett. Na, sicher. Weißt du? Ja. Der ist ganz kompletter Kopf, oder? Ganz komplett.